Hallo, ich bin der Legendenkiller und ich heiße euch herzlich willkommen auf dem Kanal Trophäen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die Trophäe, die erste Mission in FIFA 14 bekommt. Dazu müsst ihr, wie hier zu sehen in dem Video, erstmal im Hauptmenü einmal auf rechts gehen, dann neue Karriere starten. Ich habe mich jetzt für eine Trainerkarriere entschieden. Einstellungen könnt ihr einfach alle so lassen. Könnt ihr auch ändern, wenn ihr wollt, aber ich zocke eigentlich keinen Karrieremodus. Ich zocke es halt nur für die Trophäe. Hier könnt ihr, wie in dem Video hier sehen, einfach alles wegdrücken. Speichere hier an der Stelle aus dem einfachen Grund, da es mehrere Trophäen zu holen gibt im Karrieremodus und ich nicht Lust habe, jedes Mal eine neue Karriere anzufangen. Videos zu anderen Karriere, Karriere-Trophäen werdet ihr auf jeden Fall auch auf meinem Kanal finden. Und dann müsst ihr einfach rechts hier, wenn ihr im Karriere-Menü seid, auf Büro oben, dann auf Posteingang und dann könnt ihr hier euch ja einen Scout losschicken. Dann sucht ihr einfach irgendeinen Auftrag auf. Ich habe einfach Kreis gedrückt. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, in welche Region ihr den Scout schicken wollt. Ich habe jetzt einfach mal Schweiz genommen, einfach nur just for fun. Ist egal, könnt ihr hinschicken, wo ihr wollt. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch warten und ihr müsstet die Trophäe jeden Augenblick bekommen. Da ist sie auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt die Trophäe bekommen. Ciao! Ciao!